Eines Tages werden Sie hier reinkommen und bemerken, dass ich entweder verschwunden oder tot bin. Dennis Hopper als zynischer Plappenproduzent. Ich bin nur ein Cop, der seinen Job macht, klar. Cops am Rande des Gesetzes. Koreanische Straßengangs. Private Tragödien. L.A. Crash. Die neue Serie nach dem Oscar-prämierten Film von Erfolgsproduzent Paul Haggis. Einsamkeit, Ausgrenzung, Rassenhass, Heldentum und große Gefühle. L.A. Crash. Die Serie jetzt auf DVD.